So, grill sie. Ah, der Bauhof ist schon erledigt, sehr schön. Das ist schon erledigt alles. Ah, nee, 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 nee. Dann fahr mal rum. Kann ich hier irgendwas drauf abwerfen? Nein. Machen wir noch ein paar Mix. Okay, da oben ist ja nicht mehr viel. Ich frage mich, wieso er das nicht beendet. Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet. Alles ist liebisch erwähnt. Uh, das war knapp. So. Und dann kümmern wir uns als nächstes um General Krukow. Hier scheint sie jetzt zu halten, so langsam. Dann können wir hier die nächste Erzraffinari bauen. Ja, mit F. Stimmt. Ja. Okay. Eine Erzmine ist in Kürze ausgedeutet. Bau abgeschlossen. Jetzt wird gesammelt. Unser Stützpunkt ist ein... Ich verpasse eine Geopferphase, wo durch Toxine freigesetzt werden, von denen sich Gegnerstruppen fernhalten sollten. Okay. Stingray, ist der Lass, der Herrsch? Wie wär's da, wenn ihr den Kack-Flugzeugträger da platt macht? Oh, Feuer. Ich bin bereit. Alle Systeme stabil. Aufladen. Systeme bereit. Energiezufuhr. Ab ins Wasser, ab ins Wasser, zurück ins Wasser. Okay. Was haben wir hier? Da sind die Kirovs. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was ist da wieder los? Nichts. Okay. Diese Narren wollen uns trauen. Sind sie schon weg? Feindliche Rengen, die in Dürer entdecken. Wir müssen ein Majestätisch... 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 Egal. Dann kümmere ich mich jetzt erst mal um General Krukhoff. Von da kommt nicht mehr so viel Gefahr. Wir haben ein Fall, die Dich... Wir haben ein Fall, die Dich... Sehr wohl. Athena Schütze, ja, stimmt. Äh... Äh... Wo mache ich das mit den Kirovs jetzt? Komm ich denn da so ohne weiteres durch? Ah, da ist ein bisschen... Ich fliege mal mit den Hubschraubern hin. Ob wir da so... Dieses Gebiet gehört uns sehr gut hinfinden können. Irgendwas gesehen? Schnellpilot. Die Befälle sind klar. Ah, ja. Die Befälle sind klar. Irgendwas gesehen? Schnellpilot. Okay. Was haben wir denn da? Irgendwas gesehen? Näher aus 10. Ziel wählen. Wir warten. Okay. Komm, Olek. Wo sind diese Würmer? Kümmert sich Olek auch um Bar? Ja, komm. Jetzt gefeiert? Ich komme rüber. Wer ist noch übrig? Okay. Wir haben einen Sammler verloren. Sehr gut. Wir haben einen Sammler verloren. Ach so. Ach. Der Penner ist wieder da gewesen. Feindliche Ingenieur entdeckt. Repariert. Wir gehen langsam die Erzminen aus. Habe ich jemanden übersehen? Schönen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Dieses Gebiet gehört uns. Irgendwas gesehen? Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Alle Waffen bereit machen. Wo sind diese Firmen? Irgendwas gesehen? Ich bin heute Spendant. Was ist denn hier los? ja ich habe es halt gesehen las danke ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dem spiel und zwei von krieg ist nicht witzig so egal ein test das spiel ist fertig geworden so damit lässt jetzt auch der druck der alliierten nach so fangen an zu bombardieren so sehr schön ach da sind noch ein paar multigan ach nee die können gar keine reingreifen okay so wir bombardieren das gebiet hier komplett fertig und ich mache schon mal eine neue staffel kirovs bereiten dann fliegen wir gleich einfach über kukovs basis weg und hinterlassen nur ein rauchendes häufchen asche ich könnte theoretisch dann hier mal die erzfelder besetzen wissen da nur drin heute ist noch gut voll ich bin einsatzbereit guck mal dann kannst du dir hier mal jagen ja den jagdschutz schicke ich dann einfach mit until dawn habe ich nur von gehört von dem titel noch nie gesehen irgendwas davon oder ein schön habe ich davon schon was gesehen ich glaube nicht ne okay guck mal was wir hier haben ich würde gerne auf die kraftwerke zugreifen können so so dann verjagen wir die alliierten mal von hier endgültig ach so denn es ich würde dann ist denn es noch da denn es war noch da können wir jetzt auch wenn es noch da ist ich habe den den die zuschauer gar nicht offen wenn denn es noch da ist würde ich gerne eingespulten im video hast du okay dann würde ich gerne morgen die kronkorken morgen abkohlen kommen weil ich muss schon irgendwo morgen muss schon morgen wegbringen irgendwohin oder wohin wohin ist irgendwo und wohin und dann würde ich quasi dann einmal rumkommen weil ich dann gerade in der nähe bin und die kronkorken abholen wenn das okay ist ja da kann ich kann auch so einfach dann zum denn es gehen ich habe kein geld mehr ich habe kein geld mehr das ist jetzt aber kacke so dann kann der theoretisch auf der seite die tesla sprühen die flachs verkaufen die brauche an der seite nicht mehr so hier ist irgendwo noch was blaues auf dem radar also wenn es ich würde so so kurz nach fünf ach so morgen wollte morgen vorbeikommen ach so und ja dann das dann gucken wir mal ob sich das überhaupt lohnt dann will ich die tote zweisamkeit nicht stören ja ich guck mal ich flieg da mal eben hin so jetzt läuft die jetzt fühlt sich der ort gegen sechs ab ja ich würde ja dann glaube ich auch gar nicht so lange bleiben ich würde quasi nur den kronkorken hier da ist aber nichts doch da ein wau wau ok dem bombardier ich so so ich habe ihm alle fahrzeuge abgezogen auch guck mal der komische ami sagt ja gar nichts mehr das ist ja traurig ok es geht nicht darum dass ich mal wenn ich sehen will nee nee das ist falsch es ist noch voll diese schöpft da kommen dann nehmen wir die volle noch mit gilz ist britte ja das ist ja für shen noch ein größerer grund die nicht zu mögen ok ok wir gucken jetzt mal dass wir den strom von ihm deaktivieren hier kriegst du eine panzer wieder ok 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 guten morgen ja la sag ich schon luca so die kiosk fliegen aber schon mal schneller als den teil als rettende 2 so general krukhoff das kurschow gesagt kurschow aber jemand anders gute arbeit kommandant glückwunsch sie haben ihn eliminiert diesen feigen verräter genannt wir haben die alliierten und einen verräter besiegt an nur einem tag was will man noch mehr mein freund die ganze video sequenzen wurden wir eines tages wieder zusammen die ganzen sequenzen wurden übersprungen ob die wir nicht grüße dich an dieser stelle die ganzen videos dinge wurden übersprungen willkommen zurück general danke ja mein freund sie wurden befördert ich bin sicher krukhoffs verrat war ein ebenso großer schock für sie wie für mich als mein vertrauens